Herzlich Willkommen zu einem neuen Challenge Video. Heute werde ich euch alle Lösungen zu den Genesung-Toxin-Skin-Herausforderungen zeigen, beziehungsweise davon die Such-Challenges, die etwas schwierigen Challenges und der erste davon ist, besuche drei verschiedene Food-Trucks. Den ersten Truck werdet ihr hier östlich neben Mr. Meadows und südlich neben Retail Row finden, hier unten auf dem Werk neben dieser Forschungsstation. Wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video, um mich zu supporten. Außerdem checkt gerne auch meinen Twitch-Kanal aus, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Der zweite Wagen ist hier nördlich von Lazy Lake, oben an der Kreuzung. Den dritten Wagen findet ihr südlich von Salty Springs, auch wieder an der großen Straße und zwar den Pizza Pit Wagen. Hier nördlich von der Brücke und wie gesagt südlich von Salty Springs. Das sind alle drei Food-Trucks, die ihr braucht. Und ansonsten wäre über Pleasant Park da an diesem Gebäude auch noch ein weiterer Food-Truck, den ihr natürlich auch besuchen könntet, um die Challenge abzuschließen. Etwas später kommt eine Challenge und zwar müsst ihr drei verschiedene Bus-Stops besuchen in einem Match. Bus-Haltstellen sind zum Beispiel, sehen sie aus wie die da vorne, hier in Salty Springs ist beispielsweise eine. Immer an den großen Straßen, hier auch meistens diese Highways, das heißt hier mit dem doppelgelben Strich in der Mitte. Relativ offensichtlich, stehen immer frei herum, müsst ihr eben halt nur drei in einer Runde besuchen. Da könnt ihr zum Beispiel den hier in Salty Springs nehmen und geht dann hier etwas nach oben. Die zweite Bushaltestelle findet ihr dann beispielsweise hier südlich von Pleasant Park, direkt am Eingang, eben halt an der Straße, die hier von Salty Springs hochkommt. Die dritte Bushaltestelle ist dann hier bei dem Bus, der hier auch steht, nördlich von Francie Farm. Wenn ihr im Prinzip der Straße von Francie Farm oben nach Cracky Cliffs folgt und dann könnt ihr eben halt entweder von hier über Pleasant Park nach Salty Springs gehen oder alternativ wäre da unten neben Francie Farm auch noch eine weitere Bus-Stelle, das heißt ihr könntet auch so gehen und dann eben halt darüber oder an jeder beliebigen anderen Stelle. Aber das sind so drei Beispiele, wie ihr diese Aufgabe machen könnt und dann habt ihr auch die zwei schwierigeren Challenges geschafft. Danach kommen wie gesagt nur noch selbsterklärende Challenges. Ich hoffe, dass euch das Video auf jeden Fall gefallen und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht gleich im Livestream sehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin. Ciao.